Rebecca, wieso bist du immer noch hier? Das ist eine freiwillige Gruppe. Ich bin freiwillig hier. Seit zwei Jahren. Wenn du mittellos bist und sie dich aus dieser Wohnung schon raushaben wollen, ist das nicht so einfach, Prinzessin. Irgendwann bist du der Typ, der alles macht im Fett. Der Mann mit Hut möchte dich um einen Gefallen bitten. Pass auf, so der Eude auf und krieg Hulle dafür. Ich kann ganz gut auf dich selber aufpassen. Seid ihr eigentlich alle komplett behindert? Du weißt nicht, wer sie ist. Sie ist Cruella de wilde Alpatina. Rebecca. Rebecca. Neh mich bitte Rebecca. Rebecca! Komm runter du Schlampe! Irgendwann fickst du den Verkehrten von der Seite an und dann... Was dann? Was dann? München ist wie Treibstand Rebecca. Und du versuchst auf dieser Scheiße rauszukommen, bis du tiefer gingst. Wer zum Teufel bist du Mädchen? Edelofen... Drin Daniel 131,